Also, die Drachen, die wohnen natürlich in Höhl. Und da sind sie ganz schwer zu entdecken. Aber als Drachenblöker hat man natürlich ein Auge dafür. Wir als Drachenblöker haben hier ein schweres Gerät. Und damit ist es uns möglich, direkt den Drachen zu erlegen, Jungfrauen zu befreien, die wieder nach Hause zu überführen und dann Königreiche zu kassieren als Dange. Ich selber bin im Besitz mehrerer halber Königreiche, aber man kommt ja zu gar nichts heutzutage, viel zu tun, viel auf Reisen. Wir würden jetzt mal hier den linken Kopf erlegen. Schwupp ist der Flügel ab. Hat er jetzt nur noch die Chance zu laufen. Gut. Ja, es soll jetzt vorerst gelesen sein, Drachen sind ja hier in der Gegend ganz rar geworden. Dadurch dürfen wir jetzt auch nicht zu sehr strapazieren.